so wo ist der angel wo man die hin verschlampt ach da nehmen wir doch einfach mal die so pass auf du gehst weg du gehst dahin du gehst auch mal hier rein du auch 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 wasser stellen wir auch mal hier rein so dann hier haben wir zwei brot hier können wir kürbissamen machen das ist auch schon mal gut zwei eier brauchen wir jetzt nicht unbedingt so dann lass uns doch mal angeln gehen so vielleicht kriegt man ja was interessantes vielleicht kriege man ja was ist auch bestimmt geil es wäre ein haus auf dem wasser oder wäre bestimmt auch geil wäre auch eine idee schmeißen wir mal die rote raus gucke was wir alles finden das klingt echt interessant ja ne so ein haus auf dem wasser gebaut und dann irgendwie so so oben nur so ein kleines irgendwie nur so ein kleines süßes häuschen und dann unten so eine riesengroße große unterwasserwelt der bestimmt auch geil aber bis du das alles gebaut hast ne ist das ganze wasser was fand das ein kugelfisch oder was das ganze wasser da alles dann rauskriegst und das alles gut ist bestimmt wird sportlich da was da unten an creepern da los ist ne wenn du oben auf die karte schaust geht ja voll ab ey so und noch ein fischchen boah geil das soll jetzt mit schwemmen gehen echt okay okay was für schwemme das wäre natürlich krass ach sagt dein sohn okay das wäre natürlich krass ne ja gut aber bist du den den schwamm wirst du wahrscheinlich auch erstmal irgendwo finden oder irgendwas so boah fett sieht das geil aus krass hammer so kannst du schlafen eigentlich in deiner höhlentour der kennt das spiel noch besser wie ich okay gut dann müssen wir mal schnell schlafen gehen das über meinen kindern meine kinder die kinder so auswendig in und auswendig die erzählen da irgendwelches zeug da gucke ich so eine ahnung sag okay so bett ist immer dabei sehr nice so komm lass uns noch ein bisschen angeln hoch am sonnenaufgang also mit dem shader das sieht so hammer aus ne richtig geil sehr nice na komm na komm was war das ne angel ha ich hab ne angel geangelt auch geil eine angel geangelt krass krass und noch ein fisch sehr gut sehr gut dä 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 ja ist vielleicht jetzt nicht das aufregendste aber angeln muss auch sein es hilft alles nichts oh da kommt was da kommt was und noch ein fisch komm einmal machen wir noch und dann gehen wir erstmal den fisch brutzeln dann ist einfach mal in den fingen hoch gesprungen na komm ja Und noch ein Fisch. Wie viele haben wir jetzt? Sechs Fische. Kann man mit den Kugelfischen eigentlich was anfangen? Ne, die kann man nicht kochen. Nur Deko-Zwecke glaube ich. Wollen wir noch so ein ungebetener Kast reinkommt. So, dann zack, oder? Hier ist noch Glas. Kann man die brutzeln? Ne, ne. Aber Hähnchen haben wir. So, dann schmeißen wir hier mal die Eier rein. Die Samen können wir hinten gleich noch setzen. Pass auf, das ist normale Kohle, normale Kohle, normale Kohle. Schmeißen wir die Holzkohle mal hier rein. So, das Glas kommt hier mit rein. Die Angel setze ich auch mal hier rein. Den Fisch auch, die Fee dann auch. So, dann essen wir was. So, dann muss ich mal überlegen. Wie waren das nochmal mit den Kürbissen? Halt. Kürbisse. Musst ihr mal eins freilassen, ne? Ja, ne? Ja. So, dann praktisch hier. Zack, zack, zack. Und dann hier. So, dann machen wir hier noch frei. So, dann wächst praktisch hier einer. Dann hier und hier. Zack, zack. Und dann machen wir hier noch einen hin. So. Ja. Müsste passen. Ist jetzt erst nochmal so rein, rein nutzen mäßig. Machen es dann natürlich noch schön, aber erstmal, dass ihr überhaupt mal ein bisschen was anwächst. So. Dann haben wir gesagt, du kommst hoch. Zack. Und dich brauch mal. Zack. Hoch. Na. Ich möchte nichts hören. Ich möchte einfach nichts hören. Wie blöd kann man ein Mensch sein? Heimatlande. So. Sack, ziffix. Geh weg. So. Alter, was ist denn jetzt? So. Jetzt ist die Frage, wollen wir das dann einfach hier so stehen lassen oben? Hat eigentlich auch was, oder? Wenn wir hier oben einfach die Dinger wegmachen. Warte, hier haben wir noch. Wenn wir hier oben dann so ein bisschen die Zauber-Ecke machen und das einfach so wegmachen. So wegmachen. Wir müssen mal gucken, wenn der Boden drin ist, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so dumm. Sieht jetzt gar nicht mal so scheiße aus. Das ist schon im Gegensatz dazu. Ich habe bei Steam gesehen, dass du zurzeit arg zockst. Noch ein bisschen. Stimmt das? Da habe ich nämlich auch mal überlegt. Ich habe es eine Zeit, ich habe es, ja, einmal habe ich es versucht. Beim Steam, aber irgendwie hat es mir da die komplette Performance zusammengehauen. Bei Ark, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ja, ich eben auch nicht. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mal wieder eine Ründchen spielen soll. Aber ich bin da irgendwie, ich habe zwar immer angefangen ab und zu mal irgendwelche Spielstände, habe dann mal so ein bisschen gespielt, aber jetzt so richtig weit, dass du hier so eine Dinosaurier-Horde hast, mit denen hier rumstreifst oder irgendwas, habe ich bisher so nicht geschafft, ey. Ich habe immer nur ein bisschen Buden gebaut. Ah, bis ich bin wieder auf den Geschmack gekommen, okay. Ah, das war schon wieder ein Holz, ey. Wahnsinn. Ich glaube, muss ich auch mal wieder ausprobieren. Ah, ich habe noch so viele Projekte, ey. So. Ich muss auf jeden Fall am Freitag fange ich an, die zweite Staffel von Mist aufzunehmen, nach dem neuen Patch. Und dann weiß ich nicht, will ich noch, noch irgendwas aufnehmen, aber ich bin mir noch unschlüssig, was genau. Gibt es zwar so zwei, drei, die ich in der inneren Auswahl habe, aber noch nicht ganz sicher. So. Dann hier. Hier ist auch noch was, oder? Achso, das in dem müssen wir mal... Echt? Nach dem Patch muss man jetzt neu anfangen. Nach der 177 Patch muss man da jetzt neu anfangen, weiß ich gar nicht. Ist das so? Also, ich habe irgendwo gelesen, dass der eine überlegt, neu anzufangen, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass man jetzt neu anfangen muss, nach einem Update. Wäre natürlich auch scheiße. Nach dem davor sogar schon. Echt? Okay. Na toll. Das mit diesem Experimental, ne? Ich hoffe, die bringen bald die Fertiche raus. Wäre schon schön. Ah, die Entwickler empfehlen das. Okay. Äh. Ja, da müssen wir wohl neu anfangen. Der schießt ja jetzt doof. Hey! Hey! Bleib da! Hallo? Wie konnte das passieren? Der ist mir einfach ins Schwert reingelaufen. Habt ihr das gesehen? Der ist mir einfach ins Schwert reingelaufen. Einfach so. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Ich habe alles versucht, aber leider nein. Apfel. Zack. Einfach ins Schwert reingelaufen. So. Zack. Hier schon irgendwas passiert. Nö. So. Aber wir haben ja Fisch im Ofen. Können wir uns gleich mal einen Fisch gönnen. So. Dalle. Hähnchen haben wir auch noch. Jawohl. Und Fisch. So. Ziehen wir uns erstmal ein Hähnchen rein. Wichtig. So. Und dann. Schon wieder Zeit fürs Bett. Heieiei. Boah, das sieht so stylisch aus. Ah. So. So. Dann. Schon wieder. Schon wieder ein Zug. Komm her. So. Dann. Zack. Zack. Ja, das müsste eigentlich jetzt reichen, oder? Also ich gehe davon aus, das müsste jetzt hoffentlich reichen. Dann muss ich noch überlegen, wie ich den Aufgang am geschicktesten mache. Machen wir eine Leiter oder machen wir eine Treppe? Hm. Ice Bucket Challenge. Aha. Wo bist du denn schon wieder unterwegs? So. Was auch nicer wäre, so ein versteckter Aufgang. Dachboden wäre natürlich auch nice. Hm. Zack, zack. Die erste Vorbereitung für den Nähter. Oh Gott. Ich bin echt mal gespannt, wie der aussieht, der neue Nähter. Die neuen Gebiete. Da bin ich echt mal gespannt, ey. Oh. 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 Da habe ich mich noch überhaupt nicht informiert. Also ich habe überhaupt noch keine Videos, keine Bilder, nichts dazu angeschaut, ey. Da bin ich echt mal gespannt. So. Zack, 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 zack. Oh. Da bin ich fast noch runtergefallen. Alter, was ist denn? So. So. So, dala. Ja. Wenn du das jetzt hier noch weg machst. Zack, zack und zack. Das sieht eigentlich ganz witzig aus, wenn die da so dastehen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nicht langen wird. Ja, wir werden sehen. Lassen Sie es erstmal so, wir werden sehen. Wir gucken mal. Jetzt bin ich nur am überlegen. Jetzt haben wir alle verbraten, ne? Scheiße. Überlegt, ob wir jetzt, wenn wir hier noch. Hier mittig noch einen runtergehen, wenn wir den weg machen. Wenn wir praktisch hier. Ja, probieren wir mal aus. Brauche ich aber erst nochmal. Brauche ich doch noch Bäume, war ich wieder zu schnell. Da war ich natürlich wieder zu schnell, beziehungsweise kommen mir wieder immer neue Ideen, ey. So. So. Noch einen. So. Die sind aber alle schnell gewachsen hier. Nee, den haben wir nicht abgebaut. So. Komm her. Das langt nicht. So. Dich noch. Zack. So. Wie viel haben wir? 21. Ja, könnte lang. Ja, müsste lang. Müsste lang. Ach, hier habe ich auch noch einen vergessen. Auch nice. Zack. So. Pass auf. So. Dann. Oha. Und weg mit dir. Dann. Zack. Zack. Dann können wir noch ein paar hier anbringen. So. Ne, ich mache einfach, mache einfach hier weiter. Dann ist es ein Treppenhaus, dann ist es eine Linie. Ja, ich mache einfach hier weiter. So, pass auf, dann machen wir noch ein paar Stufen. Dann bin ich glaube ich schon durch, ne? Ja. Wird nicht lang. Das müsste lang. Dann machen wir eigentlich einfach hier weiter. Und zwar gehen wir hier raus. Und dann könnten wir hier wieder hoch. Hier. Ja. Das passt. Shit, ich habe... Oh. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich ungünstig. Scheiße. Echt jetzt? Ich habe das gemacht. Noch ein. So. Warte. Ne, das war dumm. Quatsch. Hier hin und dann da drauf, ne? Ja. So. Findest du wieder raus? So. Zack. Und dann. Und dann. Mein theoretisch, der hier ein hin. Irgendwie schon. Scheiße. So. Jetzt habe ich ein Problem, ne? So. Wobei. Wobei. Wenn ich jetzt. Zack. Dich weg mache. Ne, ist doch kacke. Ne, das ist scheiße. Das nimmt zu viel Platz in Anspruch. Aber. Ich muss auf jeden Fall so machen, weil sonst wird das... So. Und dann. Ne, aber hier kannst du ja nie raten. Ne, das geht so nicht. Stimmt. Ne, das... Hallo? Ich will den. Ne, müssen wir doch so machen, weil da ist das Dach sonst, ja. Ne. Deswegen habe ich es auch so gemacht. Deswegen habe ich es ja auch so gemacht. So. Zack. Und dann. Zack. Zack. Jetzt mal weiter.